Der heutige Predigtext steht in Römer 8, Verse 31 bis 39. Paulus schreibt, was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahin gegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist. Ja, mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinet Willen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf und zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Herr, nun bitten wir dich, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Liebe Gemeinde, hier vor Ort bei uns in Hannover und überall dort, wo sie uns jetzt begleiten, auf unserem Weg durch dieses bedeutende Kapitel Römer 8, die Verse 31 bis 39. Das Video der Berliner Polizei könnte ein Symptom sein, ein Symptom für den emotionalen Zustand unseres Landes zum Jahreswechsel. Es herrscht Furcht vor den erwarteten Krawallen zum Silvesterabend. Der Fokus schrieb am 29.12. in einer Schlagzeile Jetzt flehen Berliner Polizisten Randalierer an. In dem besagten Video appellieren Polizisten an potenzielle Gewalttäter, greift uns nicht an, beschießt uns nicht mit Böllern. Jeder Beobachter weiß, dass diese Entwicklung nicht erst seit gestern über uns hereingebrochen ist und dass einflussreiche Kräfte bis heute versuchen, eine Debatte über die wirklichen Ursachen zu verhindern. Nicht verhindern können sie aber die Ungewissheit und die Verunsicherung, die sich in unserem Land breit machen. Auch angesichts der Zunahme antisemitischer Straftaten, auch angesichts des erwarteten massiven Anstiegs der Energiekosten zum Beispiel. Schon jetzt konstatieren wir eine wachsende Überschuldung der Haushalte, die auch vor dem Mittelstand nicht Halt macht, der ja jahrzehntelang das Rückgrat unserer Gesellschaft war. Unter den mehr als fünf Millionen Bürgern, die nicht alle Rechnungen bezahlen konnten, sind auch inzwischen etliche Normalverdiener. Ungewissheit und Verunsicherung. Ja, wir denken auch an die Existenznot vieler Landwirte. Wir denken an das Phänomen einer sehr auffälligen Übersterblichkeit, die von den zuständigen Stellen mit dröhnendem Schweigen weggedrückt wird. Seit der Corona-Zeit haben wir zudem gelernt, wie schnell unter dem Vorwand vermeintlicher Krisen unsere Grundrechte ausgehebelt werden können. Und nicht nur ausgehebelt, sondern auch für längere Zeit ohne Begründung suspendiert bleiben können. Auch das verunsichert viele. Wir haben gesehen, wie altbewährte Institutionen, und zwar sowohl politische Institutionen als auch wissenschaftliche Institutionen, wie die Leopoldina oder das Robert-Koch-Institut oder das Paul-Ehrlich-Institut, die ja jahrelang als Garanten von Sicherheit und Freiheit galten, wie sie ihre beschützende Kraft und Integrität einbüßen können. Und wir mussten schmerzlich erkennen, dass die alte Mahnung des früheren Verfassungsrichters Professor Böckenförde keine graue Theorie ist. Böckenförde, der ja diesen berühmten Satz prägte, der freiheitliche, säkulare Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Das heißt, wenn die Machtpositionen in einem Staat mit Menschen besetzt sind, die keine höhere Macht über sich anerkennen, dann ist mittelfristig immer die Freiheit in Gefahr. Und dann kann auch das beste Grundgesetz sich selbst nicht mehr schützen. Das sind nur einige der großen Linien, die auch im vergangenen Jahr zur Verunsicherung und zur Ungewissheit in der Bevölkerung beigetragen haben. Und dazu kommen dann persönliche Bedrohungen, Ängste, Diagnosen und ungeklärte Fragen. Und mitten in dieser Situation leben wir als Gemeinde Jesu Christi und müssen uns fragen lassen, wie wir das einordnen und was wir dazu sagen können. Mit welchen Gedanken und Perspektiven wollen wir denn in das neue Jahr gehen? Und welche Hoffnung haben wir einer torkelnden Gesellschaft um uns herum zu geben? Manche Familien sind ausgewandert aus diesem Land. Und das ist eine Gewissensentscheidung, natürlich. Andere flüchten sich ins Private und versuchen, die bedrohliche Aktualität einfach auszublenden. Aber das wird nicht gelingen auf Dauer, denn viele dieser Tendenzen versuchen ja systematisch in unser Innenleben, in unsere Familien einzudringen. Und spätestens, wenn sie Kinder haben, sind sie dem ausgesetzt. In einem Land, in dem es eine öffentliche Schulpflicht gibt und Homeschooling etwa vom Staat verboten wird. Und für Christen ist Rückzug auch aus einem anderen Grund keine Option. Keine Option. Wie sollen wir sonst unserem Auftrag gerecht werden, Salz der Erde zu sein, wenn wir uns einfach rausziehen und zurückziehen? Und darum, liebe Freunde, wir brauchen einen festen Standort. Wir brauchen eine sichere Zuflucht. Wir brauchen Gewissheit. Sowohl um selber in dieser Lage zu bestehen, als auch um denen, die Gott uns zur Aufgabe macht, beizustehen. Unseren Kindern, unseren Glaubensgeschwistern, unseren Freunden, unseren Nachbarn, unserer Stadt, ja, und auch unserem Land. Und darum wenden wir uns an dieser Schnittstelle zwischen altem und neuem Jahr einem Bibeltext zu, den der allmächtige Gott uns durch den Apostel Paulus geschenkt hat. Dieser Text gehört auch im liturgischen Kalender seit langem, ja, zu den klassischen Lesungen des Altjahresabends. Das ist ein Hinweis darauf, dass dieser Altjahresabend ohnehin, jetzt mal ganz unabhängig von aller Aktualität der Krisen, auch in vermeintlich ruhigeren Zeiten, dass dieser Altjahresabend ohnehin uns die Ungewissheit jeglicher menschlichen Lebensplanung vor Augen führt. Wo werden wir in einem Jahr stehen? Was wird aus unserem Leben werden in diesem Jahr? Was wird geschehen? Und gegen all unsere Unsicherheit, die wir heute Abend besonders deutlich spüren, setzt der allmächtige Gott sein sicheres Wort und dieses Wort gewinnt seine Sicherheit, dieses Wort gewinnt seine tröstende Kraft, gerade nicht dadurch, dass es vor den Bedrohungen flüchtet oder dass es die Bedrohung ausblendet. Nein, das wird alles knallhart beim Namen genannt in diesem Text. Wenn Paulus sagt, wer mag wieder uns sein, in Vers 31, dann setzt er voraus, dass es durchaus genügend Kräfte und Menschen gibt, die gegen uns sind. Und in Vers 35 ist dann die Rede, Sie haben es ja gehört, von Trübsal, von Angst, Verfolgung, Hunger, Gefahr, Blöße und Schwert. Vers 36 nimmt diese Metapher aus dem Psalm auf und sagt, wir werden getötet, wie Schlachtschafe sind wir. Vers 38 redet von der Bedrohung durch Tod, durch finstere Mächte und durch Gewalten. Das ist alles da, das ist alles im Blick. Da können ein paar Trostflästerchen gar nichts ausrichten. Aber mitten hinein, in dieses Szenario der Bedrohung, in dieses Szenario des Schreckens und der Unsicherheit, schenkt uns der allmächtige Gott seine Garantieerklärung. Und das ist das Thema über dieser Predigt heute Abend, die Gottesgarantie. Die Gottesgarantie, das heißt jene Garantie, die Gott selber uns gibt. Wer diese Garantie sein Eigen nennt, der darf mit klarem Verstand, mit wachen Sinnen, erhobenen Hauptes und voller Erwartung in das neue Jahr hineingehen. Es hängt alles an dieser Gottesgarantie, dass wir die unser Eigen nennen dürfen. Und ich lese die ersten Verse aus unserem Text noch einmal. Acht ab Vers 31. Was sollen wir nun hier zu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann dann wieder uns, also gegen uns sein? Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus, Jesus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und uns vertritt. Dieses Kleinod, Römer 8, steht an einer Schnittstelle des Römerbriefs. Sie wissen, der Römerbrief, der ja das große Drama eines jeden Menschenlebens erklärt, durchsichtig macht, also auch deines und meines Lebens. Unser Text, Römer 8, 31 bis 39, ist das Finale. Römer 8, 31 bis 39, ist der Schlussstein, ist das Fazit des Hauptteils vom Römerbrief. Ab Römer 9 kommen dann auch noch wichtige Punkte, aber der Hauptteil geht bis Römer 8. und deshalb sagt Paulus hier auch in 8, 31, also zu Beginn unseres Textes, zu Beginn unseres Fazits, was wollen wir nun hierzu sagen? Angesichts der gesamten Argumentation bis hierher, was folgt daraus? Was ist die Quintessenz aus den ersten acht Kapiteln? Was wollen wir nun hierzu sagen? Bis dahin hat der Apostel in drei großen Blöcken unsere Situation vor Gott geklärt. Im ersten Block bis 3, 20 sagt er, die ganze Welt steht unter dem heiligen, gerechten Zorn, weil der Mensch Gott die Stirn bietet und ihm nicht dient und von daher gerechterweise unter seinem heiligen Urteil dient. Im zweiten Block, 3, 21 bis 4, 25, zeigt Paulus dann, was Gott durch Jesus Christus unternimmt, um uns zu retten, um uns vor diesem Zorn zu retten. Da geht es um die Frage, wie bekomme ich das Heil? Und im dritten großen Block, das sind die Kapitel 5 bis 8, beschreibt Paulus, was sich dann für die Menschen ändert, die durch den Glauben an Jesus Christus Gottes Kinder geworden sind. Wie geht es nach der Bekehrung weiter? Das sind die Kapitel 5 bis 8. Und da geht es dann eben auch um diese Frage, kann ich meines Heils, kann ich meiner Rettung gewiss sein? Und unser Text, verstehen Sie, ist der Abschluss des dritten Teils, der Abschluss dieses Schlussstücks und er wird deshalb auch genannt das Hohelied der Gewissheit, das Hohelied der Gewissheit. Darum geht es. Warum kann ein Christ mitten in allen menschlichen Unsicherheiten Gewissheit haben? Was macht uns sicher? Was macht uns getrost? Selbst wenn wir emotional und lebensgeschichtlich ähnliche Achterbahnfahrten durchmachen müssen, wie andere Menschen auch. Unsere Glaubensschwester Barbara am zweiten Weihnachtsfeiertag, die ist knapp 80, nach dem Gottesdienst noch einigen Gesprächen, als sie dann zu ihrem Auto ging, Hirnbluten herlitten. Und der Herr hat es geschenkt, dass sie schnell ins Krankenhaus dann gebracht werden konnte, wo wir nun versuchen, ihr regelmäßig nahe zu sein durch Gebete, durch Besuche, von einem Moment auf den anderen. Ja, und was macht dann getrost? Was macht dann gewiss? Und die Antwort auf unsere Gewissheitsfrage ist die Gottesgarantie. Und wir sind froh und getrost, dass unsere Schwester diese Gottesgarantie ihr eigen nannte. Und dass wir wissen, auch wenn sie jetzt anscheinend nicht mehr bei Bewusstsein ist, dass sie in den Händen dieses allmächtigen Gottes liegt und der ihr Herr und Beschützer ist. Wir sind froh und getrost, aber deswegen müssen wir auch heute Abend im Hinblick auf das neue Jan und fragen, worin besteht diese Gottesgarantie? Und Paulus zeigt uns zwei Teile dieser Gottesgarantie. Teil 1 finden wir in den Versen 31 bis 34 und Teil 2 in den Versen 35 bis 39. Und Teil 1 dieser Gottesgarantie lautet und halten Sie das fest und nehmen Sie das mit, Gott ist für uns. Das ist Teil 1 der Gottesgarantie. Gott ist für uns. Das sind die Verse 31 bis 34, wo Paulus sagt, wenn aber Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Und haben Sie es gemerkt? Paulus formuliert das hier als rhetorische Frage. Im Griechischen ist das viel knapper noch formuliert. Wörtlich kann man das übersetzen. Wenn Gott für uns, wer gegen uns? Wenn Gott für uns, wer gegen uns? Wer kann es sich dann leisten, gegen uns zu sein? Und Sie wissen, eine rhetorische Frage ist eine Frage, die sich von selbst beantwortet. Eine rhetorische Frage, die ist so klar, dass jede nochmalige Antwort überflüssig wäre. Und damit unterstreicht Paulus, wie eindeutig dieser Fall ist. Nach allem, was er bisher schon gezeigt hat. Bis dahin hatte Paulus das ja bewiesen im Römerbrief, Kapitel für Kapitel, acht Kapitel lang. Er hatte bewiesen, das und warum Gott für uns ist und woran man das sehen kann. Und er wird das gleich nochmal zusammenfassen. Aber wenn das so ist, sagt Paulus, wer kann dann gegen uns sein? Wer kann es sich dann leisten, gegen uns zu sein? Wer kann dann damit durchkommen, gegen uns zu sein? Und die Antwort lautet nobody. Keiner kann das. Damit sagt Paulus nicht. Als Christen haben wir keine Gegenden mehr. Als Christen haben wir keine Feinde mehr. Nein, nein, ganz gewiss nicht. Einige Kandidaten dieser Gegner und Feinde haben wir ab Vers 35 schon identifiziert. Ich habe Ihnen das ja vorgelesen. Und an anderer Stelle nennt Paulus noch weitere, weitere Gegner der Christen. Es gibt diese Gegner ganz offensichtlich. Einer dieser Gegner, auch Jesus hat davon gesprochen, in Johannes 15 ist die ungläubige Welt, die uns bedrängt. Paulus schreibt in 1. Korinther 16 einmal, mir ist eine Tür aufgetan zu großem Wirken, aber es sind viele Widersacher da. Es sind viele Widersacher da. Gesellschaftlicher Druck. Wenn wir die ganze Wahrheit Gottes bezeugen, die Taz vom 22.12.23, also es ist erst wenige Tage her, veröffentlichte einen hetzenden Schmähartikel über das Erzgebirge. Von dieser Stelle aus herzlichen Gruß an alle, die uns jetzt im Erzgebirge zuhören. Das sind einige. Und eingebaut in diesen Schmähartikel über das Erzgebirge hat die Taz dann eine diffamierende Framung der bibeltreuen Christen. Da steht dann dieser Satz, denn das Erzgebirge ist auch Heimat geworden für völkische, ausländerfeindliche und evangelikale Strömung. Einfach alles so in einer Reihe dahin, dahingeschnoddert. Das sagt viel über die Taz aus. Aber Paulus hätte es gar nicht gewundert. Es sind viele Widersacher da. Viele Widersacher. Aber nicht nur die ungläubige Welt von außen, sondern Paulus sagt, Römer 6, auch die in uns wohnende Sünde. Der alte Adam. Auch so ein Widersacher, der in uns immer wieder uns zum Sündigen verleiten will. Und natürlich der Tod. Paulus schreibt, 1 Korinther 15, 26, der Tod ist der letzte Feind. Auch ein Widersacher. Kein Pappkamerad. Und natürlich Satan. Epheser 6, Vers 12, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit den Mächten und Gewalten, die in der unsichtbaren Welt ihr Unwesen treiben. Also Widersacher sind genug da. An Gegnern mangelt es uns nicht. Aber Paulus sagt, Leute, so schwer diese Geschütze auch sind, die dagegen uns aufgefahren werden, Vers 31, wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Dann haben sie letztlich keine Chance, wenn Gott für uns ist. Denn Gott hat mit seinem Für und Sein ganz nachhaltige Fakten geschaffen. Und das sagt dann der Nächste Vers, Vers 32, der aus seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben. Daran sehen wir, dass Gott für uns ist. Und verstehen Sie, diese Formulierung, damit erinnert Paulus an eine Schlüsselsituation im Leben Abrahams, 2000 Jahre vorher. Als Abraham seinen Sohn Isaac opfern sollte. Und Gott hat ihn dann davor bewahrt. Und Abraham in diesem Moment dann gesagt, weil du dies getan hast und deinen Sohn, deinen einzigen nicht verschont hast, darum will ich dich reichlich segnen und dich sehr stark vermehren. Du wirst dein großes Volk, das Volk Israel werden. Aber du warst bereit, deinen eigenen Sohn nicht zu verschonen. Und Paulus sagt, sieh genau hin, sieh genau hin, was Gott dem Abraham erspart hat, das hat Gott sich selbst nicht erspart, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben. Und dieses dahin gegeben ist ein Signalwort. Es macht deutlich, Gott hat Jesus für uns geopfert, das steckt da drin. Gott hat Jesus diesen Weg gehen lassen, hier über diese Erde, diesen Weg, der ihn schließlich ans Kreuz führte, wo Jesus unsere Schuld auf sich genommen hat, wo er unsere Strafe ertrug, die wir für unsere Gottlosigkeit verdient gehabt hätten und dadurch unsere Sünde tilgte. Das steckt in diesem Begriff, er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern für uns dahin gegeben. Und weil das geschehen ist, kann Gott uns jetzt vergeben, kann Gott uns jetzt rechtfertigen und trotzdem seiner Heiligkeit Genüge tun, weil Jesus die Strafe stellvertretend für uns erduldet hat. Das meint Paulus hier mit dieser Formulierung, er hat ihn dahin gegeben, ein heiliger Gott, wenn er heilig und Gott sein und bleiben will, muss er Sünder verurteilen. Aber er wollte uns retten. Und dafür hat er sogar seinen eigenen Sohn dahin gegeben und ihn für uns geopfert. Und schauen Sie, wie Paulus dann weitermacht. Dann sagt er, weil Gott sogar seinen eigenen Sohn dahin gegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Das ist ein ganz klassisches logisches Argumentationsmodell, was Paulus hier anwendet. Das ist das Schlussverfahren vom Größeren zum Kleineren. Man nennt das in der Logik auch einen Affordiori Beweis. Paulus sagt, wenn Gott für dich sein Bestes gegeben hat, dann wird er dir doch alles andere auch schenken, was du brauchst. Der Schluss vom Größeren zum Kleineren. Wenn er sein Bestes gegeben hat, wird er dir doch alles andere auch schenken, was du brauchst. Und was das dann ist, das du brauchst, und ich brauche, das beschreibt Paulus, das ist spannend, als eine doppelte Immunität. Und diese doppelte Immunität findet sich in Vers 33 und 34. Da sagt er zum einen, wir können nicht mehr verbringen, Gott ist hier, der gerecht macht, und wir können auch nicht mehr verdammt oder verurteilt werden. Das ist Vers 34. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ja vielmehr, der auch auferweckt worden ist. Verstehen Sie, das sind zwei Begriffe aus dem Rechtswesen und damit schenkt Gott uns diese doppelte Immunität. Wir können nicht mehr verklagt werden. Natürlich gibt es bis zum Schluss unseres Lebens immer wieder versuche uns zu verklagen. Der Teufel sagt, die Bibel ist ein großer Verkläger und er versucht auf unsere Schwachstellen und Bösartigkeiten hinzuweisen und da findet er bei mir und wahrscheinlich auch bei ihnen genug. Unser Gewissen verklagt uns, wenn es noch nicht völlig abgenutzt ist und brach liegt. Unser Gewissen verklagt uns. Warum hast du da und warum hast du dort und war dieses richtig? Andere Menschen, die uns ablehnen, verklagen uns. Aber Paulus sagt, sie werden damit keinen Erfolg haben. Sie werden vor Gott damit keinen Erfolg haben. Die Klagen werden vor Gott alle abgewiesen, weil wir bei Gott Immunität genießen. Gott ist für uns. Und Paulus begründet das. Paulus sagt, der Garant für diese Immunität ist wer? Ist Gott selbst. Gott ist hier, sagt Paulus, der gerecht macht. Das heißt, Gott spricht dich gerecht, obwohl du in dir selbst völlig ungerecht bist, vor Gott und in seinem Urteil. Das hatte Paulus in Römer 3 ausführlich alles erläutert und geklärt. Und er hat gesagt, das ist der große Ertrag, dass Jesus unsere Schuld bezahlt hat, dass Gott uns jetzt gerecht sprechen kann, obwohl wir in uns selbst nicht nichts mehr daran hindert, schon jetzt Gottes Kinder zu sein. Wir bekommen Immunität, es kann uns niemand mehr verklagen und die Basis dafür ist, dass Gott seinen Sohn für uns hingegeben hat. Und dann auch dieser zweite Teil der Immunität, wir können nicht mehr verdammt werden. Das heißt, wir können nicht mehr in die Hölle kommen. Wir sind dem Gericht Gottes nicht mehr schutzlos ausgeliefert. Das ist die größte Befreiung, die einem Menschen geschenkt werden kann. Und das hat massive Auswirkungen auch auf die Art, wie wir unser Leben schon hier führen. Und dann sagt Paulus noch mal, wer die Basis für diese Gottes Garantie ist. In Vers 34, da sagt er, wer will verdammen, Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, der auch auferweckt ist, der zu rechten Gottes ist und der geht, dass ich nicht mehr verklagt und nicht mehr verdammt werden kann, sagt Paulus, die genieße ich aus einem einzigen Grund. Und dieser Grund liegt darin, dass Jesus für mich da ist. Und Jesus ist für mich da gleich in einer vierfachen Weise. Paulus sagt, er ist für mich da, als der gekreuzigte, der am Kreuz meine Schulden und die Strafe dafür getragen hat. Er ist für mich Jesus im Grab geblieben, wäre alles vorbei gewesen. Alles entwertet gewesen. Aber er ist nicht nur gestorben am Kreuz, sondern er ist real auferstanden. Er ist für mich dann da, das ist das dritte als der erhöhte, das ist der Hinweis auf Himmelfahrt. Als Jesus dann 40 Tage nach der Auferstehung in Gottes für unsere noch unsichtbare Welt zurückgegangen ist, aber er ist ja da, er ist in seiner Macht und als der erhöhte, der dort lebt in der unmittelbaren Gemeinschaft mit seinem Vater ist Jesus auch unser Fürsprecher. Das ist das Letzte, was Paulus hier zeigt in diesem Vers. Christus ist gestorben, er ist auferstanden, Vers 34, er ist zur Rechten Gottes und vertritt uns. Machen Sie sich das klar. Du, wie Jesus damals am Kreuz für mich eingetreten ist, wie Jesus damals, als er am Kreuz starb, meinen und ihren Platz eingenommen hat, so ist er jetzt vor dem Thron Gottes mein Fürsprecher. Er ist jetzt dort und garantiert, dass das, was er damals für mich am Kreuz erworben hat, dass mir das auch zugerechnet wird, dass das auch gilt. Er ist dort vor dem Thron Gottes und sagt, der Nestvogel, der gehört zu mir, der ist frei, dessen Schuld ist vergeben. Und ich hoffe, dass er es von Ihnen auch sagt. Verstehen Sie, was das alles einschließt, diese Gottesgarantie? Gott ist für uns. Und damit müssen wir jetzt endlich klären, wer zu diesem uns gehört. Gehören Sie zu diesem uns? Gehören Sie zu diesem uns? Sind Sie da mit drin? Paulus muss das hier nicht extra nochmal sagen, weil er sich dazu ja vorher schon die Finger wund geschrieben hat, wenn man so will. Aber ich gehe davon aus, dass diese Predigt hoffentlich auch einige noch mal sagen, wer zu diesem uns gehört. Manche Zeitgenossen denken ja, naja, wenn es Gott gibt, dann ist er sowieso für uns. Haben Sie bestimmt schon gehört, wenn es ihn überhaupt gibt, dann ist er sowieso für uns, der liebe Gott. Aber das ist leider nicht wahr. Das ist höchstens bedingt wahr. Gott ist insofern für jeden, als er jedem das Leben geschenkt hat. Gott ist insofern für jeden von uns, dass er diesem Menschen eine besondere Menschenwürde verliehen hat, die ihn schützt gegenüber jedem anderen menschlichen Zugriff. Nichts schützt unser Leben so sehr, wie die unverlierbare Würde, die Gott jedem seiner Menschen geschenkt hat. Insofern ist er für jeden von uns. Gott ist auch insofern für jeden Menschen, als er mit jedem Menschen in Kontakt treten will. Als er jeden Menschen alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Und vielleicht ist dieser Abend für den einen oder anderen eine dieser Schlüsselstellen seines Lebens, wo er von Gott gerufen wird, wo er vielleicht das zum ersten Mal hört in seinem Leben, wenn es Gott gibt, ist nicht automatisch gesagt, dass er für mich ist, aber er ruft mich und er lädt mich ein, zu ihm zu kommen. Aber Gott ist ernst, wenn wir so leben, als gäbe es ihn nicht oder als wäre er völlig irrelevant oder so der letzte Sündenbock, den man noch mal rauszieht, wenn man jemanden braucht, an dem man seinen Frust ablassen will oder jemand, über den man höchstens lächelt und sagt, wenn so ein paar Christen, wenn denen das hilft, an den Glauben, schön, ich brauche es nicht. Und das ist Rebellion. Das ist Rebellion in den Augen des heiligen Gottes und Gott nimmt das vorher im Römerbrief sehr deutlich gemacht, dass Gott gegen uns sein muss, wenn wir ihn ablehnen, weil er heilig ist. Paulus hat das ja beschrieben in Römer 1 und 2, diesen Zorn Gottes, das hat nichts damit zu tun, dass Gott sich nicht beherrschen könnte oder dass Gott willkürlich wäre oder dass Gott aufbrausend wäre, sondern das ist die logische zwingende Folge seiner Heiligkeit, dass er zornig ist gegen alles, was gegen die Wahrheit ist, gegen das Gute, gegen die Liebe, gegen das Recht, gegen ihn als Person und deshalb steht der Mensch, der keine Vergebung seiner Schuld hat, unter diesem Zorn. Nein, Gott ist nicht für jeden. Und schauen Sie, das ist die Spannung, in der Gott sich befindet. Gottes Heiligkeit und Gottes Liebe. Und nun gibt es nur einen Weg, diese beiden Pole miteinander zu verbinden. Seine Heiligkeit und seine Liebe, nämlich, dass Gott selbst in Jesus gekommen ist, um uns Sünder vor seiner Heiligkeit zu retten, um uns unsere Schuld zu vergeben und uns gewissermaßen vor sich selbst zu retten und uns dann ja auch seine Heiligkeit zu schenken, unser Leben schrittweise zu verändern, unsere Schuld zu vergeben und deswegen nennt Paulus die Christen auch immer wieder Heilige, weil Gott uns seine Heiligkeit geschenkt hat, nicht weil wir jetzt schon perfekt wären, nicht weil wir jetzt keine Sünde mehr hätten, sondern weil wir jetzt zu Gott gehören und er, der Heilige, uns als seine Kinder angenommen hat. Seit Weihnachten ist Jesus Gottes ausgestreckte Hand, seit Weihnachten ist Jesus Gottes weit geöffnete Tür und das ist die Sternstunde im Leben eines Menschen, wenn er entdeckt, Mensch, ich habe ja Gott gegen mich, das war mir bisher überhaupt nicht klar, ich dachte immer, wenn es ihn gibt, dann wird er schon für mich sein, nein, so ist es nicht, ich habe ja Gott gegen mich und wenn er dann aber erleichtert und dankbar und demütig nach der Hand des Retters Jesus Christus greift. Wir hatten das Heiligabend hier gesehen, wie dankbar Graf James von Moldtke für diese einjährige Gefängniszeit war, die die Nazis ihm gemeinerweise aufgebürdet hatten wegen seiner Beteiligung am Widerstand gegen Hitler und wie er in diesem Jahr so gründlich die Bibel gelesen hatte wie nie zuvor und wie er in diesem Jahr begriffen hat, dass er als ein Sünder vor Gott dasteht. Er hat ja gesagt, ich muss 38 Jahre alt werden, um zu kapieren, dass ich ein Sünder bin und wie er dann dankbar das annehmen kann, was Jesus für ihn getan hat, als er seine Sünde am Kreuz trug. Ja, wenn ein Sünder zugibt, dass er Jesus braucht, dann besitzt er diese Gottesgarantie, dann darf er das wirklich wissen, Gott ist für mich und dann gibt ihm das eine völlig neue Freiheit gegenüber allen Bedrohungen dieser Welt und dann kann er sagen, mit Recht, ist Gott für mich, wer kann dann gegen mich sein? Und wissen Sie, das ahnen sogar die harten Drogenbosse in der Region von Rio Branco, das ist Brasilens Grenze zu Bolivien und Peru. Wir müssen wissen, hier wüten brutale Kämpfe zwischen den Drogengangs um die Beherrschung des Marktes. Der Sender Wise News hat darüber 2022 eine hochspannende Dokumentation gedreht und Rio Branco, das staatliche Gewaltmonopol, hat da keine Chance, irgendwie die Ordnung zu kontrollieren und selbst wenn jemand aussteigen will, aus der Szene steht er in Gefahr umgebracht zu werden. In diesem Chaos, dort in Rio Branco, gibt es nur eine Chance. Nur eine Chance, wenn ein Dealer aus der Gewaltszene herauskommen will und das ist die Bekehrung zu Jesus Christus. Wenn die Bosse von einem Dealer erfahren, dass er Christ geworden ist, unvorstellbar, aber das haben Wise News wirklich glaubwürdig dort dokumentiert, dann gewähren die Bosse diesen Christ gewordenen Immunität. Und wie kann einer dort Christ werden? Also vor Jahren hat sich dort das sogenannte Team 91 gebildet, das besteht zum großen Teil aus ehemaligen Schwerkriminellen, Auftragskillern und Drogendealern, die Jesus mit seinem Evangelium aus ihrem alten Leben herausgeholt hat. Und man kann zu diesem Team 91 wirklich sagen, aus Killern wurden Pastoren. Und diese ehemaligen Killer und jetzigen Pastoren sind unentwegt in Rio Branco mit dem Evangelium von Jesus unterwegs und gehen auch in die Gefängnisse. Und wenn er einer Christ wird, dann passiert das wirklich mitten in diesem quasi rechtsfreien Raum. Gibt es nur einen Ausweg, gibt es nur eine Art des Ausstiegs, die selbst die Drogenbosse akzeptieren. Und das ist eine glaubwürdige Bekehrung zu Jesus Christus. Und jetzt kommt wieder Team 91 ins Spiel. Denn wenn sich jemand bekehrt und sie das erfahren, dann gehen sie zu dem hin und drehen ein Video, also mit dem Handy meistens, ein Video, in dem dieser Bekehrte sein persönliches Lebenszeugnis gibt. Und sagt, was er vorher mit den Drogen gemacht hat und dass er jetzt aussteigen will, weil Jesus Christus ihn von seiner Schuld befreit hat. Und dass er von jetzt an nur noch Jesus folgen will. Und Team 91 sorgt dann dafür, dass dieses Video verbreitet wird unter den Bossen der Drogenszene. Und dieses Video gewährt dem Bekehrten dann Immunität. Und sie fragen mich, warum funktioniert das? Warum funktioniert das in einem Umfeld, wo keine staatliche Ordnungsmacht sich mehr durchsetzen kann? Die Erklärung in der Doku von Vice New lautet so, In Brasilien the only thing that gang members fear more than the bullet is God. Also, in Brasilien ist das Einzige, was die Gangmitglieder mehr fürchten als eine Gewehrkugel, Gott. Gott ist der Einzige, den sie mehr fürchten als eine Gewehrkugel. Ja, diese Drogenbosse, die ahnen etwas von der Realität des Verses 31. Ist Gott für uns? Wer kann dann gegen uns sein? Und diese Drogenbosse denken, wenn Gott für den ist, dann sollten wir besser nicht gegen ihn sein. Wenn Gott für den ist, dann sollten wir besser nicht gegen ihn sein. Brasilien im Jahr 2022. Gott ist für uns. Und dann noch einen zweiten Teil dieser Gottesgarantie. Gott ist nicht nur für uns, sondern das zweite, Gott ist bei uns. Es geht nicht nur um diese Rechtsstellung, dass Gott für uns ist, sondern Gott ist bei uns. Es geht auch um diese persönliche Beziehung. Und davon handeln die letzten Verse, die ich jetzt noch vorlese, ab Vers 35. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe, aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Und das ist wieder eine Garantie, ohne jede Einschränkung. Nichts und niemand kann uns mehr von der Liebe des Christus scheiden, sagt Paulus. Und da haben sie es gehört. Paulus sagt nicht nur, niemand kann uns von Christus scheiden, sondern er sagt, niemand kann uns von der Liebe des Christus scheiden. Und in Vers 39 schließt der Gott den Vater gleich mit ein und sagt, niemand kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, unserem Herrn. Und damit sagt Paulus etwas über die Innigkeit, über die Herzlichkeit, mit der Gott seine Beziehung zu ihnen gestalten will. Liebe. Liebe bedeutet, dass Gott unserer Bedürftigkeit aushilft. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie dahin gab. Ja, weil wir ihn brauchten, weil wir anders aus unserer Sünde nicht rausgekommen wären. Liebe sieht auf die Bedürftigkeit des Anderen und Liebe bedeutet auch, dass Gott uns nahe kommt, persönlich nahe. In Römer 5, Vers 5 hatte Paulus gesagt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Damit meint er nicht irgendwie ein mystisches Erlebnis, sondern er sagt, Gott ist wirklich da und er hat es unserem Herzen vermittelt, dass wir es glauben können, dass er uns liebt. Dass wir wirklich den Mut haben, zu ihm zu beten und zu sagen, danke, dass du mein Vater geworden bist durch Jesus. Ich vertraue dir. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Gott will uns nahe sein. Denn Gott will, dass wir uns bei ihm geborgen wissen. Gott will, dass wir ihm wirklich kindlich vertrauen können. Er ist bei uns, Gott ist bei uns mit seiner Liebe. Und schauen Sie, auch hier gilt wieder die Garantie der Gottesnähe. Die kommt nicht dadurch zustande, dass wir die Gefahren ausblenden. Die Garantie der Nähe Gottes kommt nicht dadurch zustande, dass wir in guten, wohlversorgten Umständen leben. Paulus nennt sofort sieben Kandidaten. Sieben Kandidaten, die uns Angst einjagen. Sieben Kandidaten, die Zweifel an Gottes Nähe säen könnten. Wir haben es ja gehört, Drangsal und Angst. Also die allgemeinen menschlichen Nöte. Verfolgung, Druck wegen unseres Glaubens, Hunger oder Blöße. Also alle Formen von Mangel, von Schwäche, von Armut. Gefahr oder Schwert, das heißt Todesgefahr oder Martyrium, denn das ist ja die Situation vieler Christen, dieser reale Druck. Dann kommt dieses Bild von den Schlachtschafen. Aber Gott ist treu. Und Sie müssen wissen, einige der Leser des Römerbriefs, die haben ja diese drastische Zuspitzung wenige Jahre später erlebt. Also von wegen Hunger oder Blöße, Gefahr oder Schwert. als der sadistische Kaiser Nero sie als lebendige Fackeln anzündete. Das haben die ja erlebt. Und wie viele Christen werden heute wegen ihres Glaubens massiv verfolgt. So wurden ja jetzt im Dezember, sie haben das mitbekommen, zum Beispiel Nigeria, christliche Dörfer von Islamisten überfallen und dabei mehr als 160 Menschen brutal getötet. Und Teile der Medien, Tagesschau, ZDRF heute zum Teil, die haben doch zunächst versucht, die Täterschaft der Moslems zu verschleiern. Die sprachen zunächst nur von bewaffneten Banden und Landkonflikten, die durch die Klimakrise verschärft worden seien. Also sie haben noch das Leiden der Christen auf den Wagen ihres Klimanarrativs geladen. Welch eine Verhöhnung. Aber Gott hat es gesehen. Aber Paulus sagt, ja, der Druck ist da. Aber dieser Druck hat keine Chance, uns von unserem Herrn abzuschneiden. Denn Vers 37, in all dem überwinden wir weit. In all dem überwinden wir weit. Und das steht da so wirklich wörtlich, da steht im Griechischen das Wort Hypernikomen. Und Sie kennen andere Wörter mit Hyper. Hypersensibel, das ist jemand, der übersensibel ist. Oder hyperaktiv. Das ist jemand, der ständig aktiv ist. Ja, hyperaktiv. Und hier steht eben Hypernikomen. Das heißt, wir überwinden völlig. Wir überwinden nicht nur mit Ach und Krach. Wir, die wir zu Jesus gehören, überwinden Hyper. Wir tragen einen überwältigenden Sieg davon. Durch den, der uns geliebt hat, sagt Paulus. Und dieses uns geliebt, das ist wahrscheinlich auch nochmal eine Anspielung auf den konkreten Akt, an dem wir die Liebe Jesu am deutlichsten sehen können, der uns geliebt hat, nämlich als er für uns sein Leben am Kreuz geopfert hat. Durch den, der uns geliebt hat und der uns das auch durch sein Leiden für uns bewiesen hat. Und dann sind unsere Leiden kein Anlass an seiner Nähe zu zweifeln. Dann können auch unsere Leiden nicht verhindern, dass wir weit überwinden. Das ist die zweite große Gottesgarantie. Gott ist bei uns. Er ist nicht nur für uns, sondern er ist bei uns. Und James Graf von Molke hat das bei diesem Jahreswechsel 44, 45, im Januar war ja dann der Prozess vor Freislau und wenige Tage danach ist er dann hingerichtet worden, hat das auch so erfahren, diese Nähe Gottes und diese Gewissheit, die daraus erwächst. Am Silvestertag 1944 hat von Molke seiner Frau Folgendes geschrieben. Dies ist der letzte Abend eines für uns sehr bedeutsamen Jahres, das sich aus unserem Leben mit großer Strahlkraft hervorheben wird, denn es hat uns gemeinsam etwas geschenkt, was uns hoffentlich nie mehr verloren gehen wird, einen festen Glauben. Damit bezeugt er nochmal, dass er in diesem Jahr 44 dort in diesem Gefängnis Christ geworden ist und weiter schreibt von Molke, was nun kommt, steht in Gottes Händen und aus diesen wollen wir es freudig und getrost nehmen. Und weiter, was er auch immer uns schickt, es sei Tod oder Gefängnis oder Freiheit, es sei Mühsal oder wilde Soldateska oder Zerstörung oder Verschleppung oder Friede. Die Spanne an Möglichkeiten, die dieses Jahr 45 sichtbar vor uns ausbreitet, ist ungeheuer groß. Und wir können nur um eines bitten, dass wir in Gottes Hand uns weiter wissen dürfen und dass er uns seine Gnade und seinen Beistand nicht entzieht. Und drei Tage später, am 3. Januar 45, schreibt von Molke nach einem langen Tag, am Ende dieses Tages müde und dankbar an seine Frau, und so werde ich jetzt ins Bett steigen, mein sehr liebes Herz, wie gut sind wir in Gott geborgen. Möge er uns in dieser Sicherheit und Gewissheit erhalten, dann wird uns kein Unfall, kein Tod, Schaden oder Schrecken. Wir müssen getrost und unverzagt durch jene Tage hindurch und steht an ihrem Ende der Galgen, so müssen wir auch da getrost hinauf und mit seiner Hilfe geht das ganz gewiss. Und dann schließt er die Notiz dieses Tages schlafwohl, mein Herz. Wir wollen nur immer daran denken, leben wir, so leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Der Herr behüte dich und uns. Gott ist bei uns. Und Dietrich Bonhoeffer hat zum selben Jahreswechsel 44, 45 in einem anderen Nazi Gefängnis eben sein berühmtes Lied gedichtet. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Und auch an diesen beiden Beispielen Molke und Bonhoeffer sehen wir, was das bedeutet, weit zu überwinden. weit zu überwinden, nicht aus eigener Tapferkeit, sondern, wie Paulus hier schreibt, durch den, der uns geliebt hat. Und ich hoffe, Sie haben das gemerkt, der Ton, den Paulus hier anschlägt, ist ein Triumphlied, mitten im Kampf. Paulus ruft uns zu, du brauchst keine Angst zu haben, dass du schwach wirst oder dass du aus der Spur fliegst. Manchmal kommst du dir nicht sehr triumphal vor in deiner Nachfolge. Manchmal stehen dir deine geistlichen Niederlagen deutlicher vor Augen als deine geistlichen Siege. So ist es doch. Aber Paulus sagt, das ändert nichts daran, dass der Herr dich durchbringen wird. Das ändert nichts daran, dass der Herr aus dir einen Überwinder macht. Es kommt nicht darauf an, dass du dich immer wie ein Überwinder fühlst, sondern, dass der Herr dich ein Überwinder sein lässt. Und wir fragen zurück, Paulus, wie kannst du dir da so sicher sein? Woher weißt du das so genau? Und Paulus würde uns sagen, sieh doch genau hin. Wir überwinden weit durch den, der uns geliebt hat, durch Christus. Der macht es doch. Das ist die zweite starke Gottesgarantie. Gott ist bei uns. Ich kann nie mehr von Gott getrennt werden. Und die Konsequenz daraus ist, als Christ bin ich nie mehr wirklich allein und verlassen, weil Jesus bei mir ist. Ich fühle mich manchmal allein und verlassen, aber ich kann nie mehr allein und verlassen sein, weil er bei mir ist. Und irgendwie hat man den Eindruck, will er den Stift noch nicht weglegen. So als ob er Sorge hätte, dass unter seinen Lesern noch jemand sein könnte, der diese letzte Gewissheit noch nicht hat. Und darum nimmt der Apostel noch mal einen letzten Anlauf. Wir würden sagen, um den andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Paulus sagt, ich bin gewiss. Das heißt, ich bin absolut überzeugt. Es ist über jeden Zweifel erhaben, dass es so kommen wird. Niemand kann uns trennen. Und sie merken den sprachlichen Unterschied. Bis Vers 35 hatte Paulus diese Einwände, die kommen könnten, immer durch rhetorische Fragen zurückgewiesen. Paulus nicht mehr in rhetorischen Fragen, sondern nur noch in absoluten Thesen. Ich bin gewiss, dass nichts mehr uns von Gott scheiden kann. Und noch einmal nimmt Paulus diese bedrohliche Welt voll ins Visier. Noch einmal nennt er Mächte, mit denen nicht zu scherzen ist. Mächte, die man nicht auf die leichte Schulter nimmt. Aber vor der Macht unseres Herrn müssen sie alle kapitulieren. Schauen Sie, er sagt, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder die Krise unseres Sterbens noch die Bedrängnisse des Lebens, dass weder Engel noch Fürstentümer, also sämtliche kosmischen Kräfte, Dämonen, Engel, alles, was es am Bösen geben mag, ich bin gewiss, dass auch keine Gewalten, also was immer in dieser Welt eine Wirkung erzielen oder irgendeine Macht haben könnte, Personen, Institutionen, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, also alles, was in der Zeit geschehen kann, Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, also alles, was im Raum geschehen kann, Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur, also noch alles, was in irgendeiner Weise in dieser Aufzählung vergessen worden sein könnte. Paulus sagt, alles, alles, alles ist in diese Negativliste eingeschlossen und darum kann nichts, nichts, nichts mich von Christus scheiden. Und doch lehren einige, ja, hier ist von den Mächten außerhalb unserer selbst die Rede, die können uns nicht von Gott trennen, aber du selbst hast die Macht dazu. Und viele, die das lehren, die meinen das wirklich gut. Und die sagen damit, was keine dämonische Macht vermag und was auch das größte Leid nicht vermag, das kann dein Eigenwille, dass du selbst, obwohl du Gottes Kind bist, dich von deinem Vater trennst und für immer von ihm geschieden bleibst. Und ich frage sie, lässt Paulus das wirklich offen? Und die Antwort ist eindeutig nein. Er lässt es nicht offen. Diese ganze Argumentation zielt darauf ab, dass alles, aber wirklich alles eingeschlossen ist in diese Negativliste und nichts ausgeschlossen bleibt. Alles, was denkbar ist, kommt auf diese Negativliste und das heißt, alles kann uns nicht scheiden. Nichts kann scheiden. Hätte Paulus uns selbst ausschließen wollen aus dieser Liste, hätte er das sagen müssen. Dann hätte er sagen können, nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, nichts hohes, nichts tiefes, keine Mächte und in diese Liste einschließen wollen, hätte er das ebenfalls sagen müssen. Dann hätte er sagen müssen, nichts kann uns scheiden, nicht einmal wir selbst. Nun, ich würde sagen, diese Forderung hat Paulus erfüllt. Wenige Verse vorher, in Vers 28, da sagt er nämlich, Römer 8, Vers 28, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Und dann entfaltet er diese Liste, dass er sagt, die Gott vorher ausersehen hat, die hat er auch vorher bestimmt. Die er vorher bestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Die hat er aber auch verherrlicht. Und wissen Sie, da spricht Paulus in 28 bis 30 von genau den gleichen Leuten wie denen ab Vers 31. da redet er auch in Vers 33 von den Auserwählten. Und was sagt Paulus da über die Christen? Da sagt er diejenigen, die Gott gerechtfertigt hat, die er gerecht gesprochen hat, die hat er auch vollendet, obwohl das erst in der Zukunft sein wird. Aber obwohl das erst in der Zukunft sein wird, kann Paulus schon in der Vergangenheit davon sprechen. Die hat er schon hat, die wird er nicht mehr loslassen. Und genauso hat Paulus auch an anderen Stellen bekräftigt. Philippe 1, Vers 6, wo er sagt, ich bin überzeugt, dass der, der noch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch bis zum Ende durchziehen. Oder 1. Korinther 1, Vers 8, wo Paulus sagt, der Jesus, der wird euch auch fest erhalten, bis ans Ende, dass ihr untadelig 1. Thessalonicher 5, Vers 24 betont Paulus das nochmal. Er treu ist der, der euch ruft, er wird es auch tun. Er wird euch bewahren, er wird euch durchbringen, er wird euch festhalten. Es hängt nicht an euch, es hängt allein an ihm. Und glaubt mir, sagt Paulus, Gottes Liebe lässt sich auf ihrem Siegeszug nicht stoppen. Sie ist ausgegossen in unsere Herzen und von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. So lautet am Ende die Frage, gehörst du zu denen, von denen Paulus hier spricht? Das ist die Frage. Gehörst du zu denen, die ihre ganze Hoffnung allein auf Jesus setzen? Es geht nicht darum, ob du Jesus gut findest oder nicht. Es geht nicht darum, ob du allgemein anerkennst, ja, Jesus starb für Sünder und ich habe ja nichts gegen diese christlichen Thesen und es geht darum, ob du wirklich dich vor ihm persönlich beugst, ob du trotz deines Stolzes, der bei dir bestimmt genauso dagegen steht, wie bei jedem anderen von uns er auch dagegen gestanden hatte, zu Jesus hingest, dich vor ihm beugst, zu ihm betest und sagt, ich gebe zu, dass dein Urteil über mein Herz stimmt, ich brauche dich, bin darauf angewiesen, dass du am Kreuz für meine Schuld auch starbst, lass es für mich gelten, rette mich und übernimm du die Führung in meinem Leben, das ist die Frage, gehörst du dazu, dann kannst du das aus voller Überzeugung auf dich anwenden, wer will mich scheiden von der Liebe Christi, Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöds oder Gefahr oder Schwert nichts, nichts kann mich scheiden und damit liebe Glaubensgenossen wir kommen zum Schluss sind wir gut vorbereitet für das neue Jahr gut vorbereitet für die neuen Herausforderungen wir wollen uns nicht verlassen auch in dem Jahr was jetzt vor uns liegt wir wollen uns nicht verlassen auf unsere Erfahrung wir wollen uns nicht verlassen auf unsere Dienst und Opfer Bereitschaft wir wollen uns nicht verlassen auf unsere Glaubensstärke wir wollen uns nicht verlassen auf unsere Expertise und wir wollen uns auch nicht verlassen auf unsere guten Netzwerke ja wir sind dankbar wenn der Herr uns das alles gewährt aber darauf wollen und können wir uns nicht verlassen verlassen wollen wir uns allein auf diese doppelte Gottes Garantie die der Herr uns in seinem Wort schenkt wo er uns heute zugesagt hat ich bin für euch und ich bin bei euch und wir antworten darauf mit mutig getroster Freude ist Gott für uns wer kann dann gegen uns sein der seinen eigenen Sohn nicht verschont hat sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben so wie es von jenem rumänischen Pastor berichtet wird zur Zeit des Kommunismus er war von der Staatspolizei vorgeladen bedroht wegen seines Glaubens an Jesus den immer wieder bezeugt und man warnte ihn unter Androhung von Strafen davor das Evangelium weiter zu verbreiten sie drohten ihm mit Verschleppung und er antwortete ihr könnt mich überall hin verbannen ich werde immer in meines Vaters Welt sein wohin ihr mich auch bringt und dann drohten sie ihm mit Beschlagnahmung seines Eigentums wir werden dir alles wegnehmen was du hast der Pfarrer aber antwortete mir ist es recht aber ihr werdet eine sehr hohe Leiter brauchen denn meine Schätze habe ich bei Gott im Himmel gesammelt dann drohten sie ihm umzubringen und er sagte nur wir Christen fürchten den Tod nicht denn der Tod bedeutet für uns dass wir zu Gott in das ewige Leben gehen da änderten sie ihre Taktik und sagten aber pass auf wir werden dich einsperren wir werden dich völlig isolieren und Gott schenkt ihm den Mut zu antworten macht was ihr wollt aber wir haben einen Freund und Helfer der auch durch verschlossene Türen kommen und der eiserne Riegel durchdringen kann wir Christen sind niemals allein nichts und niemand kann uns trennen von Jesus Christus und seiner Liebe Herr Jesus Christus das wahr ist danke dass du uns durch Paulus diese doppelte Garantie geschenkt hast Herr allmächtiger Gott dass du für uns bist und dass du bei uns bleibst und unter dieser Voraussetzung wollen wir uns getrost dir erneut anvertrauen auch für das neue Jahr was vor uns liegt Herr bitte hilf uns jedem Einzelnen und uns als ganzer Gemeinde dass wir dir treu nachfolgen dass wir ganz gleich wie du die Umstände fügen wirst das tun was dich ehrt dass wir mutig deine Wahrheit bezeugen und Herr wir bitten dich dass noch viele Menschen so wie dort in Rio Branco aber so wie auch in diesem Jahr hier bei uns in Hannover noch viele Menschen erkennen dass sie dich brauchen und dankbar und froh darüber werden dass du der Weg bist Herr Jesus und die Tür und die Brücke und der Retter so befehlen wir uns unter deinen Schutz und wollen dich loben und anbeten du lieber guter Herr Amen Lassen Sie uns jetzt das Lied singen was Sie als nächstes